Hallo zusammen! Ich zocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Zul Natsman anzunehmen bei Bran Bronzebart in Natsmir an dieser Position. Siegesfeste. Nehmt die Quest gleich mal an und darf mich nun zu diesem Punkt hier begeben. Ich lauf gleich mal dahin. Vielleicht zeige ich euch, glaub das hat man nicht verstanden, vielleicht zeige ich euch nicht den optimalen Weg, weil natürlich auf seiner großen Fläche gibt es mehr Wege hinzulaufen, aber ich zeige euch eine Möglichkeit. So, ein bisschen orientieren. Ich laufe hier hinunter auf diesen Weg und dann geht es weiter. Folge einfach diesem Weg und da bin ich auch schon. Quest ist abzugeben bei Bran Bronzebart in Natsmir an dieser Position. Ich hoffe sehr, ich konnte euch irgendwie helfen. Ciao!